So, jetzt müssen wir, weil wir jetzt schon die Hexen unterhalten haben, müssen wir jetzt noch die Zombies transportieren. Okay, bevor wir jetzt hier, möchte ich gerne wissen, was ist die Fahrtrichtung. Das ist die Fahrtrichtung, dann sind hier schon alle Weichen soweit richtig gestellt. Das ist doch mal ganz nett. Und dann noch ein bisschen Kohle in den Ofen. Guck, da kriegen wir es ja mal ein bisschen zeitnah hin. Wobei, jetzt sagt er schon wieder, er schnallt nicht, wo ich bin. Da ist doch alles richtig. Das ist vielleicht nicht die Optimalstrecke. Aber wir erreichen unser Ziel. Richtig? Richtig. Richtig. Ja, das würde er gleich wieder zählen, sobald wir hier auf der Hauptstrecke sind, vermutlich mal. So, Newtown Plattform 2, da müssen wir schon hin, da hinten. Ist ja immer soweit. Das war die Hupe. Krass. 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 So, hereinspaziert. Kommen sie rein, können sie ausgucken. So, die müssten wir jetzt auch nach da oben bringen. Können wir schon mal die gute Planen. Die gute ist schon geplant. Die ist ja super einfach jetzt. Ist ja schon alles richtig geschaltet gewesen. Na, wollt ihr auch noch mit? Wie sieht's aus? Gleiches Abfahrt. Kommen sie still rein. Ja. So. Oh, das ist alles zu spät. Selber schuld. Oh, das ist alles zu spät. Wer wohl für den Stoff haben wir doch vorbei. Der Baum auch sehr schön rot am leuchten. So, die Wehrwaffe sind also hier in der Stadt. Äh, Stadt. Ja, die Stadt hier mit den vielen holzigen Bäumen. Äh, Häusern. Den Wald meine ich natürlich. Achso, er schnallt nicht, weil hier falsch gestellt ist. Warum? Er ist gleich schon da. Oh, das ist ja schon da. So, die nächsten Gäste für die Party. Irgendwann ergibt das alles einen Sinn. Wir haben uns das erst angeguckt, haben die Strecke frei von Spinnennetzen gemacht, haben dann Materialien, also Fressalien gesammelt für die Party. Die Hexen sind schon da. Und jetzt sind auch die Zombies da. Die aber leider auch nicht aussteigen. Gut. Davon gehe ich aus, ich gehe davon aus, dass wir das geschafft haben, weil ja, kann nichts mehr schief gehen. Gut. Zombies sind auch da. Exzellent. Witzig. Ich habe auch direkt eine Erfung geschafft. So, und dann ja, was haben wir denn noch? Die Vampire, die wollen natürlich auch zu der Party. Ja, dann fahren wir die gleich auch noch hin. Also, bis gleich.